servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem thema zum thema doppelt gemoppelt zum thema ruhmstufen jawohl in einem der letzten videos habe ich versucht zu erklären wie man aktuell schnellstmöglich mit einem twink beispielsweise die ruhmstufen hochballern kann und wie man schafft wenn man frisch level 60 ist beispielsweise schnell in den endcontent bereich kommt dabei habe ich gesagt dass ich höchst wahrscheinlich wenn man level 60 ist sich gear craftet notfalls noch was aus dem operations haus holt es gibt jetzt 200 agier was man sich kraften kann und auf diese weise dann sich in sachen gear auf um die 200 hoch schießt mit ein bisschen farmerei und anschließend hat man eben die möglichkeit bei ball war ziemlich viel zu skippen du musst oder du kannst die torgast introduction quest skippen du kannst den quartier kram skippen wenn du einmal da warst mit einem main und danach bist du eigentlich schon mitten im end content bereich und das hatte ich auch empfohlen jetzt gibt es aber eine kleine einschränkung auf dem ich der gute wut gebracht hat an dieser stelle krus geht raus falls du das siehst unter welchen umständen es doch sinn macht noch ältere inhalte zu spielen und damit meine ich die pack kampagne ich bin jetzt hier mit meinem hunter den habe ich von night fair auf kirien jetzt wechseln lassen gerade dabei noch mal die pack kampagne zu spielen in einem meiner letzten videos hatte ich gesagt das würde ich nicht machen weil pack kampagne sehr lang teilweise sehr nervig dass ihr was ihr bekommt ist absolut jetzt zu vernachlässigen da ihr mittlerweile mit den gecrafteten items besseres gear bekommen also was sind noch groß die gründe die pack kampagne zu machen außer ja was gibt es denn vielleicht ab und zu hier und da mal ein bisschen anima oder so ein punkt den ich aber ehrlicherweise auch vergessen hatte wo ich sagen muss da macht es doch noch sinn die pack kampagne zum spielen und wo ich mir gleichzeitig vielleicht auch ein fix noch seitens blizzard wünschen würde zumindest vielleicht mit einem patch 8.2 oder so du musst eigentlich die pack kampagne spielen wenn du alle soulbindes haben möchtest bei vielen charts die ich gespielt habe habe ich den soulbind den ich brauche direkt als erstes bekommen zum beispiel nia bei den night fair so das war kein akt dann jetzt ist es aber so wenn ich jetzt hier mein hunter spiele brauche ich diesen schmied mekanikos und den kriege ich nur über die pack kampagne also in dem fall muss man dann sagen ob man will oder nicht wenn man dann an seinen besten solbind rankommen möchte kommt man um die pack kampagne leider aktuell nicht drum rum denn ich sage deshalb leider wenn jetzt jemand den inhalt vielleicht noch nicht gespielt hat dann würde ich sagen ist okay macht ruhig weil mein gott kann man sich ruhig mal angucken das ganze aber jetzt halt so ich glaube die kirien kampagne spiel ich jetzt zum sechsten siebten mal oder so und irgendwann weiß ich nicht es hat nichts damit zu tun dass ich die die schose geschenkt haben möchte ich hätte kein problem damit mir den den loot frei spielen zu müssen wie jeder andere auch das ist vollkommen vollkommen okay für mich aber es ist halt wirklich so dieses dieses leidige thema wenn du den inhalt schon x-mal gemacht hast dann macht hinten raus halt auch nicht mehr so viel spaß ist so wie die introduction quest im morgen vielleicht ein bisschen deswegen noch mal um auf das thema zurück zu kommen pack kampagne skippen ja oder nein grundsätzlich würde ich sagen wenn ihr möglichst schnell euren ruhm hoch ballern wollt auch wenn die pack kampagne wirklich teilweise zwei kapitel r2 rumstufen gibt und wenn ihr einfach nur die endgame inhalte spielen wollt mit eurem char und die wichtigste voraussetzung eigentlich ihr braucht nicht den soulbind den über die pack kampagne freischaltet dann würde ich sagen auf jeden fall es gibt den ganzen kram und tut es euch nicht an und wenn ihr doch irgendwann an den punkt kommt dass blizzard sagt okay ihr braucht aber doch jetzt den und den soulbind weil der besser ist dann könnt ihr immer noch sagen okay dann gehe ich jetzt noch mal zurück und questet das ganze nach das ist überhaupt kein problem deswegen da würde ich dann einfach sagen nutzt die zeit die ihr da habt oder die euch gegeben wird und wartet erst mal ab schaut was sich entwickelt und wenn es nicht unbedingt nötig ist macht es nicht zumindest auch dann nicht wenn ihr das ganze schon sich mal gespielt habt allerdings wenn ihr von anfang an wisst ich brauche den und den soulbind den ich da und da frei schaltet dann bleibt euch wirklich nichts anderes übrig als das ganze noch zu machen was ich dann vielleicht abschließend noch empfehlen würde um das ganze ein bisschen aufzulockern so mache ich zumindest gerade macht zum beispiel die pack kampagne währenddessen reiht ihr euch für beispielsweise den lfr ein ist auch für twinks insofern nützlich ihr könnt auch wenn ihr das gear vielleicht nicht braucht weil ihr sogar schon weiter seit unter umständen es können aber halt immer die domination schatz noch droppen auch für ein char interessant der vielleicht noch nicht in einem normal oder hc rate mitgenommen wird und gleichzeitig bekommt ihr aktuell wirklich bei ich würde sagen fast jedem boss einen garantierten drop für ruhm zumindest bis ungefähr was ich weiß ruhm stufe 30 so in dem dreh und wenn ihr dann ich will zum einen die pack kampagne zum anderen macht ihr da ein bisschen rum mit lfr und so weiter und dann würde ich sagen habt ihr zumindest ein bisschen abwechslung kommt voran und habt alles was ihr braucht in diesem sinne ich hoffe ich konnte mit diesem video noch mal ein bisschen klarheit schaffen und euch helfen und damit danke fürs zusehen wenn euch das ganze gefallen hat lasst gerne like und ein abo da und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin reingehauen bis zum nächsten Mal wieder bis zum nächsten Mal algorithms bis zum nächsten Mal